Ungefähr ein Drittel des amerikanischen Soja ist gentechnisch verändert und wird in der Fabrik mit normalem Soja vermisst. Wissenschaftler sorgen sich über genmanipulierte Nahrung ohne Sicherheitstests, die eilig in unsere Ernährung eingebracht werden und uns zu Teilnehmern eines riesigen Experiments machen. Offizielle Statistiken zeigen, dass sich in den USA seit Einführung von gentechnisch veränderten Lebensmitteln in den letzten zehn Jahren der Anteil an nahrungsbezogenen Krankheiten verdoppelt hat. Indem der Biotech-Industrie erlaubt wird, ihre genetisch veränderten Lebensmittel auf den Markt zu bringen, erhofft sich die US-Regierung den Export zu steigern und Wettbewerbsvorteile für die Vereinigten Staaten zu bekommen. Wissenschaftler sorgen sich über genmanipulierte Nahrung ohne Sicherheitstests, die eilig in unsere Ernährung eingebracht werden und uns zu Teilnehmern eines riesigen Experiments machen. Ungefähr ein Drittel des amerikanischen Soja ist gentechnisch verändert und wird in der Fabrik mit normalem Soja vermischt. Würde ich es essen? Ich sagte, der Angriff auf Wissenschaftler ist sehr gut strukturiert. Offizielle Statistiken zeigen, dass sich in den USA seit Einführung von gentechnisch veränderten Lebensmitteln in den letzten zehn Jahren der Anteil an nahrungsbezogenen Krankheiten verdoppelt hat. Wir sind sehr weit von freer Sprache. Indem der Biotech-Industrie erlaubt wird, ihre genetisch veränderten Lebensmittel auf den Markt zu bringen.